Sven, vollgas mittig, vollgas, fuck mich hart. Udo, ich will nicht Udo spielen, ladies and gentlemen. Acapulco, willkommen zu der zweiten Folge von Roller Champions Ender Close Alpha. Jetzt mit Sven, wie ich es angesagt habe. Hallo, Roller Champions. Zum Streaming-Kampf nicht großartig, aber wie soll es auch anders sein, am Streaming-Tag funktioniert nichts. Das ist da, wie die Probleme Sven. Immer wenn wir streamen wollen. Und immer an den Tag. Dann läuft gar nichts mit. Dann läuft gar nicht so. Erstmal losfahren. Lalalala. Lalalala. Oh, da liegt er. Wir haben schon ein paar Runden her, mittlerweile so gespielt. Und Yannick hat schon, natürlich, abgehältet, meine Damen und Herren. Wie sollte es auch anders sein? Erstmal gegen den Clan spielen, das ist auch mega nice. Echt? Ach, zwei, zwei. Also, auf jeden Fall zwei haben die gleichen Tag. Also, wie wir quasi, äh, die spielen auf jeden Fall zwei zusammen. Aber, ja. Pro-Gamer Yannick, äh, ist natürlich daran nichts zu hindern. Sven! Vollgas, mittig, Vollgas, fuck mich hart. Das hat genau nicht geklappt. Er liegt. Getrun. Ja, der kommt direkt um die Ecke. Ah, das klappt schon mal wieder. Premium. Hab ihn! Nice, Sven! Ein richtiger Tigger. Boah! Ich dachte, er ist angeflogen wie eine Biene! Ich hab ihn auch direkt umgenockt. Achso. Und dann wurde auch hier wieder umgenockt. Was glaubst du? Was glaubst du? Was glaubst du? Was glaubst du? Mach, Junge! Oh! Oh, Junge! Dreck der Wo. Aber nun, das hat natürlich nicht geholfen. Wie heftig die es machen. Die springen und drücken dann hier X. Ja, die spielen nicht komplett zusammen. Also, die, äh, das kannst du mir sonst nicht erklären. Da läuft nämlich gar nicht. Wow. Ich hab daneben geworfen. Naja, daneben gedingst. Sven! Guck, 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 guck. Ich hab ihn getroffen! Mh. Also, ihr seht mir das Spiel. Äh, Janik hat schon genug abgehältet über das Spiel. Warum? Äh, natürlich, äh, ist das... Boah, Junge! Ähm, es fühlt sich ein bisschen anders an, seit der Demo. Und, äh, ich finde, zum Beispiel Vergleich, ist es schlechter geworden. Ich bin ausgewichen. Weißt du, ausweicht? Tassen funktioniert nicht. Okay. Scheiße. Allein performance-technisch und so hat Janik sich schon fehlbesperrt. Alter! So, da hab ich mir schon, äh, versuch'n vom Gerede. Ja, okay, die haben wohl. Da kriegen die einfach nicht. Hab ihn! Warte, hat die Ball! Oh, cool. Werfst du rein? Mach mal, warte, einmal Gescheites in deinem Leben! Abgefasst! Alles klar? Ja, ja, warte, ey, jetzt! Jo! Mach's gleich, der wieder um. Und... Warte! Warte! Jetzt mehr! Jammer! Ha! Geile Sau! Geile Sau! Nice! Easy! Easy! Also, es fühlt sich nicht mehr komplett so schön an wie, äh, damals quasi zur letzten Zeit. Also, zur letzten Zeit habe ich eine deutliche Verbesserung. Ja, gut, weil du beim letzten Mal nicht spielen konntest, mein gut, mein lieber Herr. Ja, deswegen! Ich hab immer die gleichen Kacklutschung. Also, 1-0 heißt natürlich ist nix, ne? Ist ja klar. Ja. Ok, stehen bleiben heftig. Hab ihn! Ja, ist klar! Ich will! 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 Ja, die dürfen wir nicht einfach folgen! Er muss immer umdrehen, damit ich ihn nicht zuwerfen kann. Ja, so check habe ich nicht! Weil... Ich... Ja, ich weiß aber! Ich versuch, ich versuch! Ich versuch! Ja! Kriegs ihn? da ich habe er ne durfte ich nicht schade aber war sehr gut Nice Sven also ja das ist jetzt schwierig weil die zu dritten sind so die anzertet ja und die Marius Sanimann nicht ah ok ich liege oh mann ja gut der macht jetzt einen Punkt ne Yami ah ist klar easy zumindest gerade noch ja Sven ich komme ich komme ich komme Sven oh mann schade scheiße oh mein Gott ey ich verstehe nicht warum der sich bei wenn man tackle drückt dass er sich hinschmeiße macht für mich so rein technisch gesehen so rein logisch gar keinen Sinn nicht wirklich das fand ich beim letzten mal tatsächlich besser geregelt vor dieser vor der in der Demo Version Nice Warte ja ich ja ja ich ich frage ob sie noch nicht ich frage ob sie noch nicht warte ok schade ja du hast die bei ihr nicht mehr was hast du warte ja da hatte ich sie noch ich wollte gerade werfen neee ne hast du warte gesagt was hast du denn bei mir nicht mehr echt ich hatte die noch bei mir nicht komisch ja boom aber warte also also genau Sven ja 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 akzepti machste ja ja erwohle was denn nicht ja dann war der zweite dann willkommen ja oft einfach so abhaken gerne ne aber oh mann läuft ok 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 scheiße ja ja die haben wir es nur scheiße weil die sprechen sich halt ab das hat der große vorteil und der viel mehr gespielt wird ja ich hab den geworfen hat sich einer zwischen geworfen wie viel das ausschließend ist immer so ein bisschen komisch okay ich hab doch oh mein gott die verzögerung im spiel ja ich bin ganz ehrlich nicht so toll wie beim letzten das ist doch beschissen ob man jetzt gut spielen oder nicht ja da kommt man auf sich zu ja nix war an abgefangen ja ich dachte ich hätte geworfen ja ja komm neust du dir geht und du musst auch anfordern Sven der kann man ja das ist nur gedrückt bei mir nicht kann ich nicht sagen dass ihr akte zögerung wahrscheinlich aber jetzt machen die das gg gg ja schade aber spannend das war champions du hast den punkt gemacht der andere ja schade dass man hier nicht sieht ich hätte gerne anzeigen wer so wie punkte mäßig gemacht hat also was das ja wäre ich auch interessant ich habe dann ja komm ich mache folge eins zum massen machen wir mal aufTC wenn es einen feists paying neue bis zum nächsten mal bis dann tschüss tschüss unterschied bist du folgen 12 noch ansagen War es jetzt Folge 1 oder war es jetzt Folge 2 schon? Also unsere erste gemeinsame Runde in dem Ding jetzt. Also jetzt da noch eine Folge, die mache ich dann. Genau. Dann reicht es glaube ich erst mal, dann wir können morgen dann auch immer noch weiter schauen. Genau. Man braucht mich nicht übertreiben, heute klappt ja eh nichts. Bis zum nächsten Mal.